Stellen Sie sich vor, Sie und drei Freunde wagen sich kühn in ein kleines Loch gefüllt mit eiskaltem Wasser, das durch einen schmalen, dunklen Tunnel zu einer winzigen Öffnung mit begrenztem Sauerstoff führt. Auf dem Rückweg gibt es nicht genug Luft für einen tiefen Atemzug, um wieder einzutauchen. Wir werden heute tief in die tragische Geschichte der Gollum-Höhle eintauchen und genau zeigen, wie vier junge Menschen in der dunklen, klaustrophobischen Passage gefangen waren und um ihr Leben kämpften. Am Abend des 17. August 2005 diskutierte eine Gruppe von fünf Freunden während eines Abendessens über eine versteckte Höhle, die sie vielleicht besuchen können. Jennifer Gilbreth, eine der Gruppenmitglieder, teilte ihre vorherige erschreckende Erfahrung mit der Höhle mit, in der sie vor Kälte ohnmächtig geworden war, aber es geschafft hatte, sicher herauszukommen. Spielerisch als die Höhle des Todes bezeichnet, überzeugte Jennifer ihre Freunde Blake Doner, Scott McDonald und Ariel Singer es zu versuchen, indem sie ihnen versicherte, dass sie ihren Atem anhalten und die fünf Meter zu einer anderen geheimen Höhle im Inneren schwimmen könnten. Die Gruppe hatte jedoch ein fünftes Mitglied, Joseph Ferguson, der sich dagegen entschied, in den felsigen Mund der Höhle zu kriechen. Er entschied sich, draußen zu bleiben und geduldig auf ihre Rückkehr zu warten. Trotz des wenig einladenden Aussehens der Höhle, mit ihrer mit Wasser bedeckten Oberfläche und einer Höhe von nur einen Meter, er forderte der Eingang, sich zu bücken und durch den fast 30 Meter langen Eingangstunnel in einem flachen Bach zu manövrieren. Der geheime Abschnitt der Höhle erforderte sich, durch ein kleines mit Wasser gefülltes Loch im Boden zu begeben. Personen, die mit der Höhle vertraut sind, erwähnten, dass es leicht ist, sich im Unterwassertunnel zu desorientieren und in Panik zu geraten aufgrund seines kleinen, dunklen Raums. An diesem schicksalhaften Abend stellte sich die Gruppe dieser kalten und wenig einladenden Höhle und erreichte die Höhlengegend gegen 4 Uhr morgens. Innerhalb der Höhle folgte die Gruppe mit nur einer Taschenlampe einem feuchten Pfad, der an einer Gabelung nach rechts abzweigte. Nach weiteren 15 Metern erreichten sie eine Höhle mit einem Loch im Boden, das zu einem Unterwassertunnel führte. Einer nach dem anderen fassten sie den Mut, sich in den schmalen, dunklen Gang mit kaltem Wasser hinabzulassen. Jennifer übernahm nach 15 Minuten des Zögerns die Führung, da sie die einzige war, die zuvor dort gewesen war. Blake, Scott und Ariel stiegen einer nach dem anderen ab, indem sie Jennifers Anleitung folgten. Ein Seil durchquerte den Tunnel und war an einem Felsen am Eingang und einem Baumstamm in der zweiten Höhle befestigt. Das Seil half den Entdeckern, sich entlang des Tunnels zu ziehen, aber wenn es verloren ging, stieg das Gefahrenniveau, insbesondere wenn das normalerweise klare Wasser durch aufgewirbelten Schlamm vom Tunnelboden getrübt wurde. Dieses bedauerliche Szenario ereignete sich bei einem früheren Forscher namens Brian Lemery. Obwohl er mit erfahrenen Freunden zusammen war, verlor er das Seil auf dem Rückweg, verpasste das Ausgangsloch und landete in einer Sackgasse. Wunderbarerweise rutschte er rückwärts und fand die Öffnung gerade rechtzeitig, um nicht einen Lungenzug Wasser einzuatmen. Alle vier erreichten erfolgreich die innere Kammer. Sie tauchten durch eine andere Öffnung auf und holten tief Luft im beengten Raum zwischen dem brusthohen Wasser und einer zwei Meter hohen zulaufenden Decke. Die Höhle hatte Platz für bis zu acht Personen und bot etwa einen Meter Luft über dem Wasser. Gleichzeitig hielt Joseph geduldig Wache auf die Rückkehr seiner Freunde und war unsicher über die Dauer ihrer Höhlenexploration. Beim Betreten der inneren Kammer waren alle vier wahrscheinlich nervös und atemlos, ihre Herzen schlugen vor Adrenalin. Nach dem Verlassen des Wassers hätten sie tief durchgeatmet. Leider war die Luft in diesem kompakten Raum wahrscheinlich beeinträchtigt. In der Höhlenforschung bezieht sich schlechte Luft auf jede Luft, die von der normalen Zusammensetzung von 21 Prozent Sauerstoff und 79 Prozent vorwiegend Stickstoff mit Spurengasen in vernachlässigbaren Prozentsätzen abweicht. Die stagnierende Natur dieser Höhle, zusammen mit einer geschlossenen Wasserquelle, führte wahrscheinlich zu einer Ansammlung von Kohlendioxid. Nach und nach, während die Besucher in der inneren Kammer verweilten, nahmen die Sauerstoffwerte ab und Kohlendioxid begann sich anzusammeln. Kohlendioxid neigt dazu, sich in Kalksteinhöhlen aufgrund von Erosion und Sickerwasser aus verrottendem Pflanzenmaterial anzusammeln. Zusätzlich gab es Hinweise darauf, dass Kerzen brennend zurückgelassen wurden, was den verfügbaren Sauerstoff weiter reduzierte. Ohne Luftstrom hätte sich Kohlendioxid in höheren Mengen in der Nähe des Wassers konzentriert. Einmal in der Höhle angekommen, könnten sie schnell die Schwierigkeiten beim Atmen und die Dringlichkeit sofort zu gehen realisiert haben. Aufgrund der geringen Größe des Einganglochs konnte nur eine Person den schmalen Tunnel navigieren und durch das Ausgangsloch aufsteigen. Jennifer, die als erste den Ausgang erreichte, hatte Schwierigkeiten, das Loch zu finden, bevor ihr die Luft ausging. Es ist wahrscheinlich, dass sie die verringerte Kapazität zum Luftanhalten erlebt hat. Wenn der Sauerstoffgehalt in der Höhle um 10 bis 12 Prozent lag, hätte sie nur etwa eine Minute Luft gehabt, bevor sie das Bewusstsein verlor. Zusätzlich könnte sie das Seil im trüben Wasser durch aufgewirbelten Schlamm verloren haben, was die ohnehin aussichtslose Situation weiter komplizierte. Nach 45 Minuten beschloss Joseph, in die Höhle zu kriechen und das wässrige Loch zu überprüfen, aber es gab keine Anzeichen der Taschenlampe oder Bewegung der Gruppe. Joseph wurde nervös und begann andere Freunde anzurufen, die mit der Höhle vertraut waren. Schließlich rief er um 6 Uhr die Polizei an, ohne von Jennifers Kampf zu wissen. Ihre Begleiter Ariel, Blake und Scott blieben in der inneren Höhle gefangen und erstickten in der stagnierenden Luft. Nach einem kurzen Countdown drückte Ariel, die die Auswirkungen von erhöhtem Kohlendioxid spürte, sich vorwärts und suchte verzweifelt die Öffnung im schmalen, dunklen Gang. Mit einem Energieschub schwamm Ariel durch das Wasser, ihre Hände streckten sich nach dem entziehenden Ausgang aus. Die Realität, den leblosen Körper ihrer Freundin im engen Raum zu spüren, verstärkte die Panik. Der vermeintlich klare Durchgang fühlte sich nun klaustrophobisch an, ohne Platz für zwei, um die enge Öffnung zu navigieren. In der Zwischenzeit atmeten Blake und Scott die sich verschlechternde Luft und stellten sich vor die zunehmende Herausforderung des Überlebens. Das Unbehagen verstärkte sich und mit jeder vergehenden Minute wuchs die Dringlichkeit zu entkommen. Als Blake den wasserfüllten Tunnel betrat, verschärften die Begegnungen mit Ariel und Jennifer das Chaos. Verwirrt und verunsichert bot der kleine, schwach beleuchtete Raum keine Erholung. Ariel, bewusstlos und dem Tod nahe, brauchte Rettung. Die begrenzten Dimensionen machten es jedoch Blake fast unmöglich, an ihr vorbeizukommen. Das letzte Mitglied der Gruppe, das für eine längere Zeit in der sauerstoffarmen Kammer verblieb, betrat den Tunnel, um sich mit ihren Freunden am anderen Ende zu vereinen. Kurz nachdem er den blockierten Gang entdeckt hatte, setzte Panik ein. In einem so kompromittierten Zustand hätte er möglicherweise schnell das Bewusstsein verloren. Als Rettungsteams eintrafen, begannen sie, Wasser aus der Höhle zu pumpen und Sauerstoff zurückzupumpen, um den Opfern Luft zu geben, wenn sie noch am Leben waren und ihnen die Luft ausging. Das Pumpen senkte den Wasserstand um einen Meter, sodass sie sicher eintreten und mit der Suche beginnen konnten. Es vergingen fast vier Stunden von dem Zeitpunkt des Anrufs bei der Polizei, bevor Suchmannschaften die erste Leiche im Unterwassertunnel entdeckten. Inmitten der Dunkelheit und Verzweiflung wurde Jennifers lebloser Körper nach stundenlangen Bemühungen gerade innerhalb des Tunnels gefunden. Jennifers Körper könnte den Weg für die anderen drei versperrt haben, als sie versuchten herauszukommen. Einer der drei Leichen wurde auf dem Boden des Tunnels gefunden. Die anderen beiden wurden schwimmend entdeckt. Autopsien bestätigten Ertrinken als Todesursache und die am Tatort zusammengetragenen Beweise beleuchteten das tragische Schicksal von vier mutigen jungen Erwachsenen. Der Höhleneingang, jetzt ein ernstes Denkmal, wurde mit Beton gefüllt. Eine ernste Erinnerung an die Gefahren, die darin lauern und ein feierlicher Versuch, weiteren Verlust von Leben in der unbarmherzigen Gollum-Höhle zu verhindern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unser Video anzusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und Ihr Abo, um keine zukünftigen Videos zu verpassen.